Hallo, heute stellen wir euch endlich das Spiel Slender Resync für iPad, iPhone und iPod Touch vor. Viel Spaß! Genau, wir haben hier im Hauptmenü einen Hilfe-Button, dann hier Statistiken, die sind auch über Game Center, also das Spiel hat eine Game Center, und wenn tun wir da noch Einstellungen, ja wie gesagt, das Spiel hat zwei Modi, hier eben der Endlos-Modus, da müssen wir eben versuchen so viele Zeichen zu finden, wie wir können, bevor das Slender uns erwischt, und hier, da können wir eben hier unten stets, wir müssen sieben Schilder finden, um zu entkommen. Ja, wir machen jetzt einfach noch mal das, dann haben wir hier vier verschiedene Karten, da kommen auch immer viele neue Updates, und da gibt es dann auch neue Karten, können jetzt einfach mal hier rein, zum Friedhof, dann können wir eben hier noch die Schwierigkeit einstellen, das ist leicht, mittelschwer, wir machen jetzt einfach mal auf Mittel, dann können wir eben hier Tag, Nacht, da hier Nachtsicht und dann noch Sturm, wir machen jetzt einfach mal Sturm, jetzt lädt es kurz, so, jetzt sehen wir es auch, wir müssen sieben Schilder finden, um zu entkommen, wir haben auch verschiedene Steuerungen, Kontrollarten, kann ich hier kurz mal zeigen, hier sehen wir die verschötenen Kontrollarten, ich habe jetzt einfach mal mit einem Steuerkreuz und dann so mit der Hand umsehen, hier können wir Taschenlampe an und aus, so, jetzt versuchen wir eben mal, die Zeichen zu finden, jetzt haben wir auch gerade den Blitz, und ich finde, das Spiel sieht auch sehr schön aus, es basiert auch auf der Unreal Engine Technik, genau, der Entwickler, der tut auch immer viele Vorschläge von den Nutzern einbeziehen, zum Beispiel für irgendwelche Karten, da tut er oft Benutzerwünsche mit einbeziehen, so, jetzt haben wir hier auch so eine Schilder, das sieht man hier, so einen roten Pfeil, wenn wir eben in der Nähe von einem Zeichen sind, kommt das auf und sagt uns, wo das ist, so, jetzt sehen wir auch schon eins von sieben Schildern gefunden, wenn wir eben sieben haben, sind wir in Korn, dann haben wir eben gewonnen, boah, zattert uns leider schon, seht man, ich habe gerade bloß ein Schild gefunden, dann können wir ja kurz noch den Endlosmodus, und noch eine andere Karte, so, dann können wir hier jetzt einfach mal Tag, jetzt sind wir eben hier in einem Gebäude, und müssen jetzt eben versuchen, so viele Schilder, wie es geht, zu finden, so, da oben haben wir jetzt auch schon einen roten Pfeil, dann versuchen wir noch ein paar mehr zu finden, so, haben wir schon zwei gefunden, und wie gesagt, das Spiel hat eine Games-Center-Anbindung, da kann man dann eben, sind eben dann, sieht man von anderen, wie viele Schilder die jetzt zum Beispiel im Endlosmodus gefunden haben, schau, jetzt wurden wir schon wieder erwischt, ja, und das war's dann jetzt auch schon von dem Video, Link zur App, direkt in den iTunes Store, findet ihr natürlich in der Videobeschreibung, es gibt auch eine Lite-Version, damit ihr das Spiel erstmal testen könnt, Link zur Lite-Version findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung, und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, bis dahin, Tschüss!